Guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich heiße Kotaro Sato und bin in die Wohnung 203 gezogen. Wenn du vorhast, jeden Tag ins Badehaus zu gehen, wird bald nicht mehr viel von deinem Geld übrig sein. Du darfst mich ruhig, Misuki nennen. Hallo, Kotaro Line, ein Kuscheltier von Tono Sama.